Zur Begrüßung darf ich jetzt vorstellen das Paul-Bohners-Furum. Das ist eine große Freude, dass Sie uns heute hier auch mit einem akustischen Genuss uns den Arm bereichern. Am Klavier wird Dieter Busch, der Sohn des Apparenten herrlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Ä Terr Won, Alien an Klavier und Dieter Busch an violine. Sie werden selber sagen, mit welchem Stück Sie uns jetzt wirklich begeistern werden. Danke. Guten Abend. Wir freuen uns sehr, sich hierher zu dürfen und wir fangen an mit einem Stück von Sergio Okhod YOUR. Das Stück ist beschrieben 1920, also ungefähr zu der Zeit, wo der Monatsbau fast fertig war und das Stück heißt Erste Melodie aus den Melodien, der Satzbezeichnung ist Andante. Vertreue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Als ersten Beitrag werden wir hören von Siegfried Busch. Siegfried Busch ist geborener Stuttgarter und zuletzt war er tätig als Gymnasialehrer in Tübingen im Bereich Musik und Kirchenmusik. Und er wird uns heute was erzählen zu dem Thema Schöne Neustadt, Taglist Rating New World. Und interessant ist dabei, dass er zu der Bewegung Stuttgart 21 gekommen ist, als der erste Stein am Nordbahnhof abgebrochen wurde und er daraufhin auch seine Partei, die CDU, verlassen hat. Applaus